Tim macht sich fit für den Sommer. Damit er nicht schwach wird, poste ich's ein paar Freunden. Erst Hotdog Tony. Der bringt die Würstchen in Sicherheit. Dann kommt mein Onkel und sein Club. Gönn ihm keine Pause. Jenny macht ihm Beine. Und dann? Endspurt mit Biss. Dank dem mobilen Internet hat Tim eine neue Bestzeit. Und ich, den nächsten Kandidaten. Du bist so stark wie dein Netz. Mit dem Nokia X6 und dem mobilen Internet im besten Mobilfunknetz Deutschlands.